Ich hab ja was reingehört. Er hat ja früher in der Staatsoperpreise viel Harmonie gehört. Hast du schon ein Zwirn mitmusiziert? Ja, ein Zeitteil. Ein Zeitteil hast du nicht gehört. Da hab ich richtig reingehört. Kannst du uns von damals ein bisschen was geführt haben? Ja, schon. Hast du ein Stückchen dabei? Ja, wir haben jeden Tag echt machtig aufgespielt. Jeden Tag? Ja, jeden Tag haben wir da gespielt. Und ich hätt schon was mit. Ich sing auch. Sehst du, wenn du zuhörst? Wie heißt das Stückchen? Das heißt Alpen-Symphonie. Alpen-Symphonie? Das macht uns ganz besser. Die Alpen-Symphonie von Richard Strauss. Gut. Die Alpen-Symphonie von Richard Strauss. So! Komm ruhig an! Gange schon! Ich glaube, das ist aus der Uortüre, der Alpenvolle. Ich glaube, das ist aus der Uortüre, der Alpenvolle ist.